Zum Glück gibt es ja im April auch noch ein paar Mittwoche, oder? Alles was man mit der Brechstaben machen kann, machen wir, oder? Machbar, genau. Schauen wir, wo es hingeht. Und wir haben oben einen Wirtznock aufbekommen. Wirtznock, ohne Wirt. Und die Horde ist schon vorgelaufen. Jetzt werden wir dann sehen, ob sie auch den richtigen Weg finden. Ja, voll gerne. Lauter Zwilling und lauter schöne Bäume. Und Trilling, schon wieder ein Trilling. Der hat es sich da oben erst überlegt, dass er ein Zwilling wird, schau. Ja, und irgendwann geht es auch aus dem Wald. Ja, jetzt machen wir ein kleines Paus und da ist es fast ruhig geworden, vor Ort zu essen. Heute war mein Marie nicht verliebt in mich. Aber ich habe dafür eine gute Jäsen gekriegt. Danke Marie. Ah, so viel Scher. Und da ist doch glatt auch so ein Büderbuch-Zirberl nach der anderen herum. Jetzt aber auch noch, hey. Jetzt sind wir auf einmal auf der Nucke hier oben. Und bergab geht es sich echt viel leichter. Ist ja Wahnsinn. Und wo gehen wir jetzt hin, wissen wir. Ich schätze, dass der Lenzenbühl ist. Aber ohne Gewehr. Ja, das ist ja mal öfters was Neues. Boah, wenn es doch da so viel Scher ist. Weiß. Weiß. Bisch. Wir lassen uns mit dem Scherz. Musik 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 Warte Musik Servus Musik Hei, ganz zum Wohl Hei, zum Wohl Das erste mal gesehen, dass die Ami was Gutes da hat Prost, 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 Prost! Prost! Prost, Prost, Prost! Prost! Schadegüller! Das war's. Das war's. April, April, der macht was er will. Wir machen tolle Touren und machen auch super Spuren. Ja, der Jager gefreut sich, wenn man da so zwischen dir ging. Das war's. 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 Das war's.